Hallo, wir wollten euch heute mal den Backup von Kong vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um ein mitlaufendes Sicherungssystem für Industriekletterer und Höhenarbeiter. Das Gerät ist ziemlich leicht, wiegt 205 Gramm ohne den Karabiner. Mit dem Karabiner sind es in etwa 380 Gramm. Man kann es ganz einfach aufklappen. Kurzer Funktionstest. Man kann ihn überall während des Kletterns auch nachträglich noch an einem Sicherungsseil montieren, indem man ihn einfach einklipst, dann den vorderen Deckel wieder schließt und in das Loch inklusive der metallernden Öse den mitgelieferten Karabiner einhängt und funktioniert, hält. Sobald wie der Karabiner den Kong nach unten zieht, beziehungsweise die im Inneren laufenden Öse, blockiert er und wenn man leicht schiebt, heißt die Öse nach oben schiebt, läuft er nach oben und unten mit. Wie man sieht, auch unter stärkerem Druck blockiert er hervorragend. Selbst wenn man nahe ans Gerät oder auch das ganze Gerät festhält, er blockiert. Man kann also auch in das Gerät eingreifen im Fall und blockiert damit nicht die Funktion des Gerätes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017